hallo herzlich willkommen zurück bei heavy rain und wir haben im letzten teil dieses versteckte zimmer hier gefunden ich bin überzeugt scott shelby ist der origami killer und wir haben eine adresse rausgekriegt hier hat er die orchideen gezüchtet die auf die brust der opfer gelegt hat die adresse haben wir ja was steht denn da noch da kann man sehen wo das kind ist ich glaube wir müssen hier weg sie haben also mein geheimnis entdeckt das war es gott all diese kinder mussten sterben nur damit ein vater seinen sohn retten kann sie verstehen das ein kind ist noch übrig es bleibt noch zeit es zu retten tun sie es gott tun sie was ihr vater nicht konnte los rein da schatz jetzt ich 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 vergesse ich Das werde ich vergessen. Okay, was haben wir denn hier? Was ist da? Na komm! Okay, können wir da woanders hinlaufen? Halt! Na komm, raus da! Komm ich da durch? Na komm, raus da! Ja komm, du! Toll! Beide Zimmer! Beide Zimmer! Beide Zimmer! Scheiße! Lauf! Toll! Ich verbeide! Oh! Nein! Ah toll! Ja! 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 Ah ja! Da ist ein bisschen Scham! Ja! 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 Ja, ja, supi, Madison erledigt. Oh, nee, das ist immer gut, aber Antil doch, wir haben nicht viel überlebt. Von meiner Gesellschaft einen ersten Blinden-Durchgang. Jetzt das Kind. Die Schlagzeile des Tages. Man berichtet, dass Ethan Moss, der Origami-Killer, verhaftet wurde. Polizei-Psychologen beurteilen zur Stunde seinen Geisteszustand. Moss soll an einer ernsten psychischen Störung leiden. Tragischerweise forderten die Ermittlungen im Origami-Mordfall das Leben von Madison Page, einer jungen Reporterin, die mit dem Fall beschäftigt war. Ja, ich fühle mich auch schuldig, aber das nützt alles nichts, ne? Ja. 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 Oh oh. Ja, das machen wir jetzt nicht. Das ist nicht schön. Okay, Britney, ist im Kasten. Die Beerdigung ist in zwei Tagen in einem gottverlassenen Kaffirgendwo hinter Washington. Und ich werde nicht drumrum kommen, daran teilzunehmen. Ich nicht. Jaden und ich kamen nicht so gut klar. Kein Problem. Das verstehe ich. Sir, ich habe noch die Brille. Was mit damit? Tja, er braucht sie nicht mehr. Machen Sie, was Sie wollen. Tja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020